Es sind knapp über 100 Gäste, die gleich mitfahren wollen. Halb elf ist Boarding. Laune und Wetter sind bestens. Kapitän Alexander Klein wird in wenigen Minuten mit der MS Feodora 2 von Langballichau nach Sonderburg übersetzen. Doch es ist nicht irgendeine Fahrt. Seit dem Ende der traditionellen Butterschifffahrten 1999 wird es nach Jahren wieder eine Fährverbindung zwischen Deutschland und Dänemark geben. Doch zollfreie Waren wie damals werden an Bord nicht mehr verkauft. Insofern hat diese Fahrt jetzt nach Dänemark reinen Ausflugscharakter. Das heißt, wir sind eine Fähre für Personen, aber auch für Fahrräder, die mitgenommen werden können. Wer einen Ausflug machen möchte oder den Gendarmsteen abradeln möchte, der kann uns eben auch nutzen, um hinüberzukommen. Doch ein bisschen getrübt ist die Freude über den erneuten Fähranlauf. Um die 150.000 Euro musste Alexander Klein investieren, um die geforderten Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Man hat ja sehr viele Auflagen, man muss sehr viele Vorschriften bedenken, die man erst wieder mit Leben füllen muss. Aber das wird sich alles einschleifen die nächsten Wochen. Und je weiter die Saison vorangeht, umso entspannter kann man das dann sehen und sich dann im Sommer hoffentlich auch über schöne Gästezahlen freuen. Einen Tagesausflug zu den dänischen Nachbarn. Zweimal in der Woche, immer mittwochs und donnerstags wird die MS Feodora ab jetzt fahren. Ein bisschen über die Förde schippern und dann rein in die Stadt, nach Sonderburg. Schloss mal besuchen oder so und dann durch die Stadt bummeln. Also einfach Wellnessurlaub, Entschleunigung. Die Gäste haben nach der Überfahrt dann jeweils drei Stunden Landgang. Für alle, die gern etwas mehr Zeit in Sonderburg verbringen möchten, für die wird es im Juli und August zusätzlich noch den langen Freitag geben. Eine Ich denke, es ist ein kleiner Schuss. Und dann ist ja geil so.